hallo liebe leute ich bin euer bfg mit meinem ersten unboxing video ich habe paketpost gekriegt ein luftvollstoff von stefan freude da müssen wir natürlich ein besonderes messer haben zum auspacken wo ist es denn moment viele taschen da ist es ja so jetzt schauen wir mal was da drin ist wo schneide ich den auf schneide ich den auf ich schneide hier oben oder ich weiß hier auf wunderbar wir haben schon hier frost auf dem tisch wie ihr seht das schon gefrorenes eis hier ja es wird so richtig kalt in letzter zeit aber sonne haben wir das ja auch was aha puma lockt weg auch das ist ja süß das ist ja wirklich klasse stefan ein kleines backlock wow mit geschwungener persisch anmutender hechtklinge das gefällt mir sehr gut und horngriff schale das ist ja richtig sehr das ist richtig ärzig gent germany handmaid kein klingenspiel richtig geil das ist richtig klasse stefan vielen lieben dank das freut mich sehr das hätte es aber nicht machen müssen wirklich nicht ich zeige es euch mal von nahe warte mal da komme ich an die kamera das ist besser das hat eine richtig hübsche geschwungene hechtklinge entschuldigt meine schmutzige finger aber ich habe gestern meine bremsbacke bremsbacke bremsbeläge gewechselt vom auto und mit bremsreiniger und so hast du dann komplett schwarze hände und das zeug geht einfach nicht mehr aus der hornhaut raus trotz sandseife also bitte das zu entschuldigen bis zum nächsten video sind meine hände wieder sauber das ist ja richtig klasse das messer richtig gut verarbeitet schöne horngriff schale richtig schöne herzige klinge richtig spitze vielen dank lieber stefan damit werde ich mir so manches steck oder würstchen schmecken lassen so ich hoffe euch hat mein erstes unboxing video gefallen lieben dank dafür stefan viele grüße im norden